so es gibt wieder was zu sehen und zwar audio bluetooth streaming par 2 ich habe noch was dazu gekauft und zwar diesen hier und wollte noch mal auf die unterschiede eingehen vor allem halt wie hört sich dieser hier an im auto mit pose und was sind die unterschiede der einzelnen dinge also zuallererst müsste man wissen die beiden funktionieren nur wenn man die ami schnittstelle hat also das audio music interface das befindet sich im facelift und im vor facelift jeweils im handschuhfach beim facelift oben rechts beim vor facelift eher links und genau die verbindet man halt einfach damit auto connected dann halt mit dem handy mit dieser bluetooth geschichte hier verbindet sich dort und kann dann die leder abspielen so der unterschied zwischen den beiden vielleicht noch mal ganz kurz bei diesem hier kann man nichts machen außer sich damit zu verbinden und die lieder über das iphone abspielen zu lassen jedoch muss man dafür halt sein handy benutzen das heißt man muss auch dem handy das lied abspielen also man muss draufklicken zum abspielen oder das liegt sich aussuchen oder auch weiter klicken was ich immer ganz gerne mache ist ich habe das handy halt hier und bin jetzt zum beispiel hier einfach im hab das einfach jetzt hier so hängen und wähle einfach hier meine leder aus also ist ja quasi direkt hier an der hand wenn man fährt kann man hier einfach drauf drücken kurz ist natürlich jetzt also vielleicht vor der fahrt macht man das natürlich ne ansonsten ist das halt eine sehr geile geschichte vor allem für die leute die halt ami haben vielleicht hier nicht so ein fm transmitter haben möchten sondern das alles sehr dezent im handschuhe versteckt ist oder haben möchten ist der hier sehr gut und dieser hier ist quasi der große was weiß ich der große bruder von dem der soll angeblich es möglich machen dass man über die tasten das handy steuern kann das heißt dass man über die tasten auch hier die leader weiter klicken kann und auch dass die leader sowohl hier im fiss als auch im mmi angezeigt werden und ich habe das eben schon getestet aber gleich dazu noch mal ein bisschen mehr als allererstes wollte ich einmal noch mal schnell auf diesen hier eingehen und zwar das ist ziemlich schlicht und einfach übrigens hat der muss solltet ihr wissen dass er hier ein schneller deport hat das bedeutet man lädt sein handy hat einfach schnell damit also in der regel kauft man ja kaufen viele ich habe es ja auch hier hinten so ein ich kann euch das ja mal zeigen von von anchor also ein bisschen mit carbon verziert ist ja nicht egal gewesen dass carbon aber der wahrheit so ist halt ein schnelllade usb kfz port und ich habe den hier hinten halt stecken damit ich hier vorne halt kein kabelsalat habe ich habe hier vorne an den seiten natürlich hier noch mal so eine so eine kabel befestigung angemacht und das ganze hier vorne halt mit dem magneten halt auch das heißt wenn ich das handy jetzt hier zum beispiel benutze hier so einstecke zum beispiel momentan wieder lang ziehen so jetzt geladen und wenn ich wieder ab mache lasse ich es einfach quasi nur ich kann das jetzt schlecht und dann ist es quasi also kabelmanagement halt ich mag das halt eher ein bisschen ordentlicher aber zurück zur sache wo habe ich denn jetzt den fm transmitter hier wie gesagt das teil kostet oder wie auch noch nicht gesagt keine 15 euro hat ein schnelllade port was ja allein schon auch zehn euro wert ist und das coole an dem ist kann man in jedem auto benutzen dass hier so ein so ein jetzt retten anzünder stecker hat und das hat eigentlich glaube ich jedes auto also einfach ein bisschen dunkler gemacht dann kann man das auch sehen gehen auf einstellungen gehen auf bluetooth und ich bin halt schon mit ihm verbunden also ich kann es jetzt natürlich noch mal simulieren indem wir uns noch mal neu verbinden mit dem aber ich denke mal ihr wisst was ich meine also check wie heißt das hier packnet f36 man kann natürlich auch sehen dass jeder andere halt auch so hieß beim kollegen letztens das heißt die unterscheidet sich vom namen nicht ich bin schon direkt verbunden und wenn man es nicht wäre müsste man einfach das ganze nur auswählen und würde sich damit verbinden und es ist schon voreingestellt der sender 108 das heißt ein bisschen heller wir gehen jetzt hier auf radio gehen jetzt hier auf den tuner manuell also hier unten links dann quasi auf manuell und können dann einfach hier den kanal 108 einstellen und wenn wir jetzt ein bisschen lauter drehen hören wir halt so ein rauschen halt ne doch wenn wir jetzt einfach zum beispiel einfach hier drauf drücken Gucken was geht Doch funktioniert super Vielleicht sollten wir nicht unbedingt michael jackson laufen lassen gucken wir mal irgendwie was anderes Das coole ist halt wenn wir hier drehen am bluetooth Geht's halt Super durch und man kann natürlich einfach auch jetzt zurückgehen Start stopp quasi vom lied drauf drücken einmal wieder drauf drücken hält man das ganze gedrückt Dann fängt die anzeige hier an zu blinken machen das mal Und jetzt können wir den radiosender umstellen hoch moment Ihr hört das schon das heißt zum beispiel wenn wir jetzt in einem ort sind wo der radio wo dieser fm also dieses diese Frequenz quasi belegt ist können wir diese ändern und damit wir keine überschneidung haben Und Das ist auf jeden fall ein hammerteil für das geld kann ich das nur auf jeden fall empfehlen vor allem für alle leute die kein ami haben ist das die beste lösung Die günstigste und die beste und die einfachste lösung vor allem bevor man jetzt anfängt irgendwie groß irgendwie rumzubauen und sonst irgendwie was Kann ich auf jeden fall nur empfehlen und ja das dazu fm transmitter Ein dickes daumen nach oben finde ich persönlich Kannst du auch jedes Wenn du mit einem kollegen unterwegs bist in seinem auto nimmst du das sonst einfach mit wenn er auch zum beispiel jetzt nicht die möglichkeit hat dass man bei neben dem auto das ganze mit mit bluetooth verbindet einfach einstecken und kann sofort Seine leder vom handy abspielen kann es halt auch als ergänze als ergänzung als eine zusätzliche taste quasi hier in der mittelkonsole halt nutzen so dass dazu fm transmitter auf jeden fall richtig hammer teil Dann haben wir natürlich noch jemanden ganz normalen bluetooth dongle und zwar ist das halt ein quasi eine light version von angeblich diesem hier Und das bedeutet dass dieser hier nichts anderes kann als dass man sich hier mit verbindet Also das steckt man hinten auch einmal hier und hinten im handschuf auch an an die ami schnittstelle Verbindet sich mit dem teil und hat perfekte audioqualität also ist immer noch ein bisschen abhängig davon was eine für eine musikanlage man im auto selbst verbaut hat aber das hier ist schon 1 a qualität also besser geht es gar nicht von der übertragenen qualität und dieser fm transmitter ist wirklich sehr 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 dicht dahinter Also hat mich auf jeden fall mega überzeugt und ja ich habe aber dieses teil hier vor allem weil ich halt Hier nichts haben möchte und ich natürlich halt die ami schnittstelle nutzen kann Aus diesem grund nutze ich halt diesen hier und ich habe mir diesen gekauft also der unterschied zwischen den beiden ist einfach nur dass man mit diesen alle lieder Im fiss also im fahrer informationszentrum und auch im mmi Im multi media interface angezeigt bekommt das heißt die lieder die hier auf dem handy sind kann man hier auf dem Kann man über dieses gerät im auto sehen und man kann bei diesem gerät quasi die tasten hier nutzen das heißt man kann hier hin klicken oder hier auf die nächsten lieder gehen ist ist dafür ist der da und preislich gestaltet 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 das ganze wie folgt der bluetooth fm transmitter liegt bei etwa 15 euro der Die quasi diese black box liegt bei 40 euro und der hier liegt bei 105 euro wenn der aber das kann was er versprechen verspricht tun zu können dann ist er auf jeden fall sein geld wert wenn man es unbedingt möchte halt dass man die lieder angezeigt bekommt wenn aber nicht dann eher nicht also das hier ist ziemlich unspektakulär einfach nur anschließend verbinden musik abspielen die lieder werden auch nur auf dem handy angezeigt man hat hier keine anzeige oder sonst irgendwie war es geht einfach über media bei seinem auto dann hier auf quelle und weht dann halt die geschichte aus und den legen wir dann erst mal zur seite also überspringen den einfach und gehen einfach mal direkt zu diesem hier Gucken der müsste mit dem mit dem pin nach außen Mal kurz gucken dass ich das hier anstecke ist vom fahrer sitzt natürlich nicht so einfach zu erreichen das ganze ist drinne und wie man sehen kann das ganze blinkt schon so wir warten mal ganz kurz und es wird direkt angezeigt Goran iPhone X das heißt also letztendlich einfach nur wie euer wie euer iphone oder wie euer gerät heißt dann wird das halt da so angezeigt ne und ich lasse das handy einfach mal kurz hier hängen lasse aber hier einmal das ganze dass wir das immer hier sehen ich klicke hier einmal drauf und ich hatte das eben schon ausprobiert ein bisschen um natürlich auch zu gucken ob es vielleicht irgendwie nutzerfehler ist oder sonst irgendwie was ich habe es auf jeden fall nicht rausgefunden aber Ab und zu mal werden titel angezeigt aus spotify wie zum beispiel jetzt hier das lied was gerade quasi hier läuft laufen sollte oder würde aber die ganzen anderen lieder sind einfach nur mit spotify hinterlegt und das ganze sieht auch hier im fiss nicht anders aus ne also letztendlich quasi fischen halt irgendwie im trüben weil man das nicht so nutzen kann oder könnte wie man es möchte und ich weiß halt nicht ob das jetzt wirklich ein bedienungsfehler von mir ist oder ob das nicht kompatibel mit spotify so richtig ist ich habe keine ahnung aber ich würde mich auf jeden fall richtig freuen wenn es wird natürlich vielleicht den einen oder anderen gibt der sagt kollege du musst noch hier das oder das anklicken dann werden auch alle lieder sofort angezeigt ja macht das einfach gerne kommentar hinterlassen ich würde mich freuen ansonsten ist es halt so bei diesem gerät man kann natürlich jetzt hier man kann natürlich sehen ich drücke hier vorne drauf und die lieder gehen hier einfach weiter ja und das ist natürlich das coole natürlich kann ich jetzt auch einfach hier rauf gehen und kann natürlich hier ein lied auswählen natürlich will ich das lied natürlich aber dann blind aus also ich kann nicht ich kann nicht hören ich kann nicht sehen welches lied ich abspiele es sei denn ich gucke aufs handy halt also man könnte rein theoretisch sagen man lässt das handy einfach hier hängen als display und kann sich dann halt so durch klicken aber man kann das jetzt nicht nutzen zumindest ich nicht ich weiß halt nicht aus welchem grund und kann jetzt hier so halt sagen ach komm hier ich möchte schnell zu dem lied springen und das halt anklicken das geht halt leider nicht so gut und zwar funktioniert das halt man kann das sehen also ich gehe mal jetzt einfach irgendwo durch klick irgendwo hin und dann springt er halt auch zu dem lied ich weiß natürlich jetzt nicht eigentlich ist das das lied wir können mal gucken ohne mein team und hier wird angezeigt niemals also ich bin mir jetzt echt nicht warte mal bei bei also wir haben jetzt hier auf bei bei geklickt gerade eben im multimedia interface auf dem auf das lied und es läuft hier wieder ein anderes lied also ich weiß es nicht ob es ein benutzerfehler ist also von mir aus also von mir halt natürlich oder ob das einfach irgendwie nicht so toll funktioniert wie es funktionieren sollte oder ob es einfach vielleicht mit itunes besser funktioniert oder mit anderen music apps aber ich nutze halt nur spotify und alles andere eben nicht und wenn das halt mit spotify nicht so gut funktioniert wie ich es mir erhofft habe dann ist das natürlich nichts für mich und geht auf jeden fall zurück und ist für mich dann auch definitiv diese 75 euro mehr zu dem hier also das kostet 40 und der da vorne kostet 105 euro definitiv nicht wert also nicht kaufen wenn ich jetzt nicht einen groben fehler gemacht habe dass die lieder halt irgendwie nicht angezeigt werden ich weiß auf jeden fall dass ein kollege das auch hat ich bin aber nicht ganz sicher ob er genau diesen hat ich weiß auch jedoch dass bei ihm die lieder halt alle angezeigt werden aber wie gesagt ich musste mal gucken lasst es mich gerne wissen wenn ihr selbst das teil habt oder halt wisst woran es liegen könnte dann einfach in der video beschreibung mal was einfach einen kommentar hinterlassen ich würde mich freuen ansonsten war die staffelung halt so kein ami aber richtig gute qualität wirklich wirklich sehr gut und vor allem 100 prozent sein geld wert dieser fm transmitter wie immer in der video beschreibung findet ihr natürlich auch einen link zu dem hier dann habe ich natürlich noch sonst das für die leute die ami haben und hier nicht gerne so ein so ein ja so ein ja so ein kfz stecker hier so ein komm helf mir auf die sprünge ich weiß gerade nicht wie ist gerade das wort entfallen auf jeden fall das teil wenn man das halt nicht haben möchte dann kann man sich natürlich sowas hier kaufen kostet 40 euro also quasi 25 euro mehr liegt im handschuhfach man verbindet sich einfach damit hat perfekte qualität das ist eigentlich sozusagen auch perfekte qualität ich habe jetzt das einzige was mich halt zum beispiel stört ist wenn man das lied pausiert und man hat das laut aufgedreht dann ich weiß nicht ob ihr das gerade gesehen habt aber oder vielleicht war das lied auch einfach zu ende sehr 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 empfehlenswert das teil und das letzte natürlich halt diese geschichte hier im handschuhfach die dann noch verbaut ist ich hole die mal wieder raus also der hier 105 der hier 40 der hier 15 euro definitiv empfehlenswert empfehlenswert auch empfehlenswert wenn man halt die armee schnittstelle hat und wenn das ganze nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte definitiv nicht so der burner aber ich möchte mich auf jeden fall nochmal schlau machen und gegebenenfalls nochmal mit einem weiteren video melden wenn ich vielleicht einen bedienungsfehler hier gemacht habe und am ende doch alles gut ist ansonsten wenn ihr die armee schnittstelle nicht habt werde ich auch in der video beschreibung nochmal einen link hinzufügen wo man halt das hatte mir letztens irgendein ich glaube entweder einer bei facebook oder bei über die kommentarfunktion irgendwie hat er mir das zukommen lassen hat mir erzählt hier hör mal zu da gibt es ein kit das ist sehr gut habe ich auch verbaut irgendwie für alle die die kein ami haben kann man günstig nachrüsten funktioniert super und wenn ich das dann wieder finde werde ich das auf jeden fall in der video beschreibung natürlich für euch auch verlinken ansonsten sage ich wie immer vielen dank fürs zuschauen bei fragen einfach kommentare hinterlassen und kanal abonnieren nicht vergessen würde mich freuen bis dann haut rein